Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Genshin Impact im Koch-Duell. Der Wahnsinn geht weiter. Koch-Duell 3.0. Wir gucken uns hier nochmal ganz kurz an, was wir hier für Rumschaften müssen. Denn sowas nervt mich immer, wenn irgendwelche Ausrufezeichen irgendwo im Bild rumflattern. So, sehr gut. Erstmal ein paar Gems abgegrast und dann geht's los. Ja, mal gucken. Ach, toll. Ernsthaft? Das wurde einfach abgebrochen. Egal, dann machen wir es einfach nochmal. Los geht's. Ja, das kennen wir schon. Hatten wir schon. Ab geht die Post. So, was muss ich denn jetzt machen hier überhaupt? Ganglingen. Zubereiten. Entfache erstmal Holz. Ähm, ähm. Achso, Moment. Nice and spicy. So. Das haben wir schon mal. So, dann muss ich hier hin. Pfeffer einsammeln. Zeug einsammeln. Bereite leckere Portionen Kristallgarnelen zu. Okay. Wo haben wir die Kristallgarnelen? Leckere Portionen Kristallgarnelen. Leckere, leckere, leckere Kristallgarnelen. Wo sind die denn? Ich brauche die. Moment. Ey. Leckere Kristallgarnelen. Ah, das ist hier, äh. Das ist irgendwie weniger cool. Habe ich diese? Habe ich das Ding überhaupt? Garnelenhäppchen. Ah, Kristallgarnelen. Zubereiten. Ab geht's. Gar kein Problem. Kriegen wir hin. Bling. Perfect. Wie soll's auch anders sein? Das Kochen ist hier halt eben super einfach in nem Spiel. Ähm. Ja. Das haben wir. Sehr schön. Ähm. Mehr Kram. Leckeres, gestreiftes Dreierlei. Leckeres, gestreiftes Dreierlei. Gestreiftes Dreierlei ist wahrscheinlich. Ähm. Da ist es. Gestreiftes Dreierlei. M-Ming. Haben wir. Wunderbar. Chiyu Chili Chicken ist der Hauptevent. Ich kann nicht zu viel verhindern, dass ich hier zu verhindern kann. Geflügelhäppchen. 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 Kalte Geflügelhäppchen. Kalte Geflügel? Sollen es kalte Geflügelhäppchen sein? Und wir auch warme Geflügelhäppchen? Egal. Nehmen wir die Geflügelhäppchen. Steht Geflügelhäppchen drauf? Nehmen wir das doch. Aha. So. Ähm. Ja. Und jetzt? Willi passen Zutaten. Ich hab schon alle. Woa, woa, woa. Was ist das? Hold up. Was ist das nicht erwähnt. Auf der Masterful Chefs-Stage. Was? Xiangling's mysteriöse assistant scheint zu helfen, dass ihr opponent. Was? Judges? Wir werden das nicht verhindern? Wir wussten, dass Xiangling ein mysteriöse assistant sein würde. Und die Judges verstanden haben, dass die beiden sein können als ein individuelles für die Werteidung der Kampflügelhäppchen. Aber was sagen wir das? Ich habe keine Probleme mit ihm. In jedem Fall, die Trainer hat nicht viel gemacht, in der Weg zu unterstützen. Haha, keine Kampagne hätte sein, ohne ein wenig Drama. Alles ein Teil des Kindes. Ich werde nicht den alten Fogge, der es für sie vergrößt. Ahem. I appreciate everyone's concerns. The presence of a mysterious assistant performing strange dance moves to cheerlead for Xiangling is a little unexpected. But the mysterious assistant has now started cheerleading for smiley Yenshao too, demonstrating total impartiality. By encouraging both Xiangling and her opponent, they have proven to be a fair supporter. That's right, Guoba's not really outside help. Guoba just likes to watch people cook. I'm sure the only reason they went over there is to try to help Yenshao feel less nervous. I give you all my word, Guoba will not interfere with the competition. And I would also say that it's a loss to the competition if Yenshao isn't at the top of his form. I see that as someone who's eaten Yenshao's cooking at Wang Shu-In before. He is an excellent chef and I want this to be a competition between the best we both have to bring. I see. Hmm, most amusing. Uncle Tian, what's your opinion? I have no objections. It's an honor and a privilege to see two contestants so dedicated to having a fair and square contest. Und dann reißt dieser, ähm, das ist das Bärchen, also Boba, einfach den Salzstreuer um und verdirbt die Suppe so richtig maßlos, sodass, ähm, sodass, ähm, na, Yenshao einfach nadenlos verkackt, weil seine Suppe total versalzen ist. Höhöh, gefällt mir. Obwohl, könnte es Sichuan-Pfeffer reinkippen. Sichuan-Pfeffer ist immer gut. Hm, the judges and the officiator accept this explanation. Let the competition continue. Yenshao, are you alright? I don't know what's wrong with me. I've never been so nervous in my life. Ah, look, my hands won't stop shaking. Take it easy. I've been there before. I can help. Try saying a tongue twister to yourself in your head. Or think of some happy memories about your dad. Why my dad? That's a bit specific. Cause that's what I do. La la. Uh, I guess I'll think of my mom then. Anyway, you should carry on. I'll be fine. Don't hold up your own dishes on my account. Nothing's being held up. I'm finished already. Huh? Oh, right. Then I need to focus up and win this thing. There you go. That's the attitude we want. You're a very capable chef, Yenshao. So come on. Show everyone what you're made of. Just like you showed us last time at Wongshu In. Yes. You're right. I can do this. I can do this. Thank you, Xiangling. And thanks to your, um, well, thanks. Time for me to get cooking. Time's up. Both contestants have now finished cooking. I would like to invite them to present their dishes to the judges for evaluation. We will proceed in the order that the contestants finished. Xiangling, please describe your dish. Ähm, kalt. Ha, 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 ha. It's the essence of the mountains where they grow. And fowl is a gift from the heavens. Triple layered consomme also uses fowl. And its other ingredients are ham and bamboo shoots. These are also flavors from the mountains. But they complement and contrast with the chicken dish. Fresh instead of spicy. Cold instead of hot. The crystal shrimp is made from a combination of rice, shrimp meat, and carrot. A thin, translucent skin wraps diced carrot and a whole shrimp. Fresh, crispy, and tender. Shrimps are a gift from the ocean. Tightly wrapping them in a skin made from rice makes this dish a blend of land and sea. Fresh with a hint of sweetness. It's the perfect note to end this course on. Ooh, a strong delivery there from Xiangling. Let's see what our next contestant, Yenshao, has to say. My dish is... Adeptus Temptation with a mint salad and golden shrimp balls. As Xiangling says, earth and water means land and sea. So birds, land animals, and seafood were also the ingredients I incorporated. Adeptus Temptation is a much-loved dish in Liyue. And as chef of Wongshu Inn, I've always been proud to offer this as the signature specialty dish of our menu. It's a complex dish with very particular ingredients. Smoked ham, crab, fresh shrimp meat, and matsutake. I chose this as my main dish as a sign of respect toward my profession and to this competition. Super. Also ganz viel Salz. Ha! The mint salad is my first side. Cool and tender with a subtle sweetness. It's a perfect answer to the rich and strong flavors of the Adeptus Temptation. Golden shrimp balls is a time-honored classic loved by everyone. A hearty and wholesome broth, followed up with a shrimp ball. Ha! 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 Oh, pure bliss! Mmmmm... Paimon can smell it from all the way over here! It's driving Paimon crazy! Judges, please sample the dishes. Mmmmm... Very impressive. Both contestants' dishes are well-considered, expertly made, and truly delicious. I'm gonna have another golden shrimp ball... Um, I mean... I shall have to sample both contestants' dishes once more, before I can reach a verdict. Now, Xiangling has taken an interesting approach here. She's chosen a cold dish as her main. I have to say, that's a bold move. Also, so schnell, wie die fertig war, und, ähm, und auf hier, ähm, Yang Chao gewartet hat, ist wahrscheinlich das gesamte Gericht ein kaltes, äh, ein kaltes, äh, ein kaltes, äh, ein kaltes, äh, also alles, was sie serviert hat. It's also a unique take on Jue-Yoon Chili Chicken. Although the dish as a whole is served cold, the chili peppers have been stir-fried, and so they're still just a little warm on the inside. You get a nice crunch as you bite in. Then, you get the spiciness and warmth all coming in together. And then, just a hint of that wonderful pepperiness to top it all off. It's quite simply extraordinary. This adeptus temptation is quite exceptional. The triple-layer consomme is also a very superlative contribution. Excellent flavor, well-balanced between sweet and savory. Yes, the standard is very high. Judges of the select panel, I will now ask you to consider your votes carefully before writing them down and handing them to me. Also, the organizing committee has selected today's audience judges, and they are now evaluating the dishes. Everyone who's been lucky enough to sample today's dishes, please consider and cast your vote independently. Oh, how are we not involved in this? Why didn't they pick up to be judges? Paimon has buckets of passion and udles of expertise when it comes to food. Oh, if they don't want Paimon, it's their loss. Ja, echt, Paimon, beruhige dich. Ich koche diese gleichen Gerichte später für dich. Wobei, auf der anderen Seite, Paimon, du hast gar keine Expertise. Du bist lediglich ein Loch für Fressen, ja? Also, du schaufelst einfach alles in dich rein. Das ist völlig egal. Ich meine, du bist die Person, die ständig Schleim als Nahrungsmittel vorschlägt. Wie war das noch? Lass doch einfach mal... Das erinnert mich so ein bisschen an dieser einen Simpsons-Folge, wo die Kinder gestrandet auf einer Insel sind. Und, ähm, und Milhouse, glaube ich, auf die Idee kommt, hm, lass doch das Schleim von dem Stein runterschlecken. So wie es das Wildschwein macht. So ist Paimon, ja? So ist Paimon. Die hat gar keine Ahnung. Die schaufelt einfach alles in sich rein. Die kann mit dem Bagger antanzen, um dir das Fressen vorbeibringen. Legt sich da... Yippie! Für all die Chefs, die es gibt in der Welt, und für all die fantastischen Züge, die ich kümmern kann, das Fakt ist, dass du derjenige, der die Paimon am besten behandelt hat. Sag ich doch. Kann sie dissen, ich kann sie essen, ich kann sie in den Kochtopf werfen, ich kann sie sogar mit, äh, mit, mit solchen Sachen drohen, aber ich bin die, die sich hier immer noch am besten behandelt. Mein kleines fliegendes Haustier. Danke euch alle, dass du wirst. Alle Verte haben geteilt und geknachtet. Und die Resultate haben zurückgebracht. Ich bin jetzt auf Ningguang, um den Platz zu nehmen und die Resultate des masternvollen Chefs-Finals. Es ist mein Glück, zu erinnern, dass der Gewinner des masternvollen Chefs-Finals ist. Da wird es einfach gar keiner von beiden sein, weil alle das Thema verfehlt haben. Bei einem einzigen, ein-vote-Margin. Xiangling! Wow! Was? Wie ist es so nah? Da ist es. Ich wusste es. Es war eine Konsequenz, aber wir haben einen gewinnen. Lüa Harbour's Xiangling hat die Dihua-Marsche's Yenshau mit nur einem gewinnen. Es kann nur ein gewinnen sein, aber das ist so nah, wie diese beiden ausgestatteten Chefs-Finals haben zu empfehlen. Das ist unsere Juden. Danke, ihr beide für ihre Steller-Kontributions hier heute. A big thank you to all the audience for being here today, especially those who have come from far and wide. As Officiator, I declare the result of this competition to be fair and valid, thus bringing the masterful Chefs-Finals to a close. Das sind solche Details, weswegen ich das Spiel so mag. Selbst solche belanglosen Details einzufügen, machen die gesamten Charaktere so unglaublich charmant und... Ich weiß nicht, das finde ich so herrlich. Bitte verlasst die Veranstaltung geordnet und nehmt alle persönlichen Gegenstände mit. Als würden die ein Flugzeug verlassen. Das ist so herrlich. Komm schon, wir gehen und schauen uns. Ach ja, so, erstmal hol ich mir hier das Blümchen, damit lasst die hier. Seidenblume, alles meins. So, Xiangling, willkommen zu dir. Yay, Glückwunsch. Es sieht so aus, ich gewinne diese Zeit, Yen Shao. Aber ich würde trotzdem gerne deine Ziele probieren, wenn das okay. Klar, ich werde auch einen Ziele probieren. Oh, wirklich exquizit. Ja, ich muss mal sagen, das ist mal richtig sportliches Verhalten, was die beiden hier an den Tag legen. So wünsche ich es mir mal gerne bei Valorante. Ja, einfach mal gegenseitig sagen, hey, hast du gut gemacht? Ja, okay, ich habe verloren, aber hey, du warst einfach besser als dich. Und nicht so ein toxischer Scheiß, wie da teilweise rumläuft. Diese Adeptus-Temptation ist wirklich gut. Oh Gott, es ist so fresh, ich bin fast in den Tears geflogen. Well, es ist einfach zu zeigen, dass du ein Ziele für die schöner Dinge in der Welt hast. Nein, nein, du hast mich alles falsch gemacht. Wir sind nur ein kleines Restaurant, auch so ich wirklich verstehe. Food ist Leben, und die Kunden sind in der Hauptsache der ganzen Kulturen. So, Humble-Food-Cooking ist nicht zu sein. Manche Leute nennen es experimentierfreudig, andere nennen es Unwissen. Das ist das, was für dich. Du kannst nicht arbeiten in einer in-kitchen, unless du wissen, wie du konsistendlich interessiert bist. Das ist kein Wunder, dass dein Essen so top-notch ist. Du bist der Art von Kulturen, die ich glücklich habe. Wir bleiben in Kontakt. Vielleicht können wir ein paar Zeit im Zukunft, auch. Haha, uh, trade-tipps. Du hast es. Und die nächste Mal, wenn wir als Kulturen treffen, werden wir beide noch besser sein, als wir jetzt sind. Okay, deal. Traveller, Paimon! Danke, Sie kommen. Hast du geteilt das Essen? Keine gar nicht da, Paimon ist noch pein. Ich kann nicht glauben, du hast nicht gezwungen. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich mache dir noch mehr für dich, als wir zurückkommen. Geiss, wieît Sie mitessen? Wuh-hüh, großartig! Oh, uh, die Organizers said that Yenshao und ich need to go register our delivery addresses. Apparently, they're gonna deliver an exclusive ingredients package in the prize money at a later date. So I need to get moving. I'll come find you guys after. Aww, Xiangling seems really happy. Good for her. Looks like Keqing und Ninhkwang left already. Als Organisierer, haben sie wohl gesagt, um ein paar Last-Minute-Thingen aufzunehmen. Lass uns sie fragen, um ein Update über die Statue zu fragen. Nein! Es ist nicht die richtige Richtung. Wo oben müssen wir hin lang? Da oben müssen wir hin. Okay! Dann ist das der Weg! Das ist der Weg! Oh Mann! Einmal angefangen werde ich diesen Spruch nicht mehr los. Fast genauso wie ich bin eins mit der Macht, die macht es mit mir. Ka-Thing, da bist du! Oh, du hast mich gefunden. Hä? Ist alles okay? Hm. Dann belastet doch jemanden irgendwas. Die sah vorhin auch schon so aus, vorwiegend... Hm. Ihr beiden, ihr. Traveller, ich habe mich in etwas wie ein Prädikament gefunden. In der Präsentation habe ich für Smiley Yenshao gewählt. Also, du bist frustratiert, weil du nicht zurück und wählst für Xiongling? Nein, das ist nicht das. Als Judge, ich hatte eine Aufgabe, um zu bleiben. Ich habe meine Entscheidung nachher zu denken, sehr vorsichtig. Und meine Conscience ist klar. Xiongling ist meine Freundin. Also, bei Recht, ich sollte sie ehrlich sein. Aber, wie du wissen, habe ich nur auf meine persönliche Meinung. Als Contestant, Xiongling vielleicht nicht zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie sie mit Menschen von ihrer Temperatur. Ich weiß nicht, wie sie sie verraten. Ich weiß nicht, Oh, das ist kein Problem. Just sagen, wie es natürlich ist. Xiongling, von allen Dingen, von dem nicht zufrieden. Und von allen Dingen, sie hat sich noch gewonnen. Oh, hey, hier bist du. Ich habe dich, seit Jahren zu fragen. Xiongling, ich muss dir sagen, was ich? Hm? Was ist das? Mein Großvater hat mir immer gesagt, In contests mit Essen, immer folgt dein Herz. Das heißt, dass in gastronomischen Diskussionen, oder insofern, competitions, man muss den Voten für die Partei mit dem sie agree. Diese Entscheidung muss sich auf einen honesten Gedanken sein, nicht von irgendwelchen externen Faktoren. Natürlich, das war nur mein Großvater's Meinung. Aber ich muss sagen, ich denke, dass er ein Punkt hatte. Also... Außer dem Fakt, dass ich dein Freund bin, habe ich das Voten für die Adeptus-Garnelen-Häppchen gewählt. W-w-w-würst du es war? Ich mag goldene Schrimmchen. Ist das ein Problem? Schäm dich! Spring sofort runter ins Wasser! Du warst so ernst, dass ich ehrlich gesagt habe, dass was passiert. Und es ist gut. Es tut mir nicht ein bisschen interessiert. Huh? Du hast gewählt, wer du wolltest. Das ist total okay. In Fakt, das ist genau so, wie es sein sollte. Insofern, wie könnte es eine fairer Kompettition sein? Also, du hast mir einen Punkt gemacht, zu erzählen. Ist das, weil du Angst hast, dass es dich ein schlechter Freund gemacht hat? Ahem. Ich... Don't be absurd. Ahem. Ahem. Didn't I say already? I love this about you. You're just so conscientious about everything. Half-baked feedback just isn't meaningful to me at this stage. Seeking reassurance is what novices do. And it's been a long time since I was a novice. The way forward from today will only get more challenging, as will the dishes I'll need to cook. Honestly, I'll meet friends like you along the way. You have a strong sense of responsibility, Keqing. But you know, not everything is always about responsibility. Yes, you're a Qixing, but you're also you, Keqing. When you're with friends, you don't need to think about everything so thoroughly. You know that's what Ningguang's like, right? Beidou's always telling me about how well she gets along with Ningguang. They even play chess aboard her ship sometimes. So you see, Ningguang's kind of bold in that she doesn't let her identity and reputation get in the way of her ability to have a good time. You can take a leaf out of her book. Outside of work, it's time to let go and relax. Geh ich voll mit, so muss das sein. Traveler, Zhongling, hi. Anyway, what are we standing around here for? Let's go and check on the status of the Stove God statue. Oh yeah! I had nearly forgotten about that! Let's go see! How strange! It hasn't changed one bit! Well, this doesn't make any sense! We cooked our hearts out! Does this mean, the competition wasn't enough to awaken the statue? Oh well, I suppose it was simply not meant to be. Yeah! We've waited this long already! There's no harm in waiting a little longer! Right, Xiangling? Yup! There's still time! Let's be patient! We'll all see this through together! On another note, I have some good news for you, Keqing! Things are looking optimistic for that recipe you gave me! Master came by before the competition and filled in the parts that were missing! So now I'll be able to cook it! In fact, I'll go find somewhere to make it right now! Wait here! Xiangling! Oh, uh, and Traveler, could you come with me? Huh? You only just beat Smiley and Chow! You think you're up for challenging us already? Obviously not what I meant! You collect recipes, don't you? I thought you'd probably be needing this dish during your troubles! So I figured I'd share it with you! Oh! Right! Paimon knew that! Sheesh! We totally missed that situation! Geez! Be careful eating your words so fast! You'll give yourself heartburn! What are you staring at me for? Go on! Cook it on with your cooking! Hm! Fleisch-Mais-Bällchen habe ich jetzt bekommen! Bereite ein leckeres... Äh, ein leckeres... Mais-Reis-Bällchen... Reis... Fleisch-Mais-Re... Fleisch-Mais-R... Fleisch-Mais-Bällchen! Leckere, scharfe... Mais... Leckere, scharfe... Fleisch-Mais-Bällchen! Ähm... Wer bist du? LaPotato! Hau ab! Gut! Wir wollen kochen! Machen wir! Gar kein Problem! Das kriegen wir noch hin hier! Wir nutzen auch einfach mal... ähm... Chang-Links... Kochstelle hier! So... Wo haben wir sie denn? Scharfe... Fleisch-Mais-Bällchen! Da sind sie! Manuel zubereitet! Und... No! Perfekt! Zurück! Zum Stein! Mal rüber teleportieren... Nehmen wir mal ein bisschen Abkürzung... Höh... 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 Hätte ich schon viel, viel eher machen können... Habe ich aber nicht... Warum auch immer... Ich laufe immer diesen ganzen langen Weg entlang... Und vergesse, dass ich auch einfach durchlaufen kann... Oder hochklädern kann... Klädern kann... Ich merke schon, es wird spät... Ich kann nicht mehr richtig reden... Ich kann nicht mehr richtig reden... Deswegen gucken wir uns den Teil auch nicht jetzt an... Sondern... Gleich... Oder bald... Demnächst... Höh...